Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Mit den Updates auf iOS 17.4 und 17.4.1 hat Apple eine Vielzahl von Änderungen und Verbesserungen für iPhone-Nutzer eingeführt. Zuerst wurde der Schutz für gestohlene Geräte verbessert, indem Nutzer nun die Option haben, diese Funktion dauerhaft zu aktivieren. Dies sichert spezifische Apple-ID-Daten und Einstellungen, indem der Zugang ausschließlich nach einer erfolgreichen Gesichtserkennung mittels Face-ID gewährt wird. Eine weitere bemerkenswerte Neuerung ist die Transcript-Funktion in Apple Podcasts, die es ermöglicht, während der Wiedergabe den Text mitzulesen oder nach bestimmten Wörtern oder Phrasen im Transkript zu suchen. Außerdem wurden 108 neue oder verbesserte Emojis hinzugefügt, einschließlich geschlechtsneutraler Familien-Emojis und einer Vielzahl von Motiven. Das Update bringt auch praktische Neuerungen für den Batteriezustand. Nutzer können nun direkt im Einstellungsmenü unter Batterie sehen, ob der Zustand ihrer Batterie als normal bewertet wird und erhalten auf Wunsch weitere Informationen wie Kapazität und Produktionsdatum. Siri kann jetzt ohne das vorherige Hey aktiviert werden, eine Funktion, die bereits in anderen Ländern verfügbar war und nun auch nach Deutschland kommt. Siri unterstützt zudem das Vorlesen von Nachrichten in verschiedenen Sprachen, was die Kommunikation vereinfacht. Eine wichtige Änderung, insbesondere für Nutzer in Europa, ist die Möglichkeit, alternative App-Stores zu nutzen. Diese Anpassung folgt den neuen EU-Regeln für digitale Märkte. Zuletzt wurde die NFC-Schnittstelle geöffnet, was neben Apple Pay die Nutzung anderer NFC-basierter Bezahlmethoden ermöglicht. Das Update auf iOS 17.4.1 konzentriert sich vor allem auf wichtige Bugfixes und Sicherheitsupdates und wird für alle Nutzer empfohlen. Es verbessert die Stabilität und Sicherheit des Betriebssystems und sorgt damit für ein zuverlässigeres Nutzererlebnis. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.